Ja, aber es geht... Wir kommen nach Berlin. Wieso kommt ihr denn nach Berlin? Das wollten wir doch schon immer mal. Nein, Mutter, das wolltet ihr nie. Davon habe ich doch nichts mitbekommen. In all den Jahren, in denen ich hier wohne, habe ich doch nicht mehr gekonnt, als ihr nach Berlin kommt. Diese Kombination aus Herr Lehmann-Sand und Dudes ist wirklich das frühmütigste, was es gibt. Du, willst was essen? Es ist dafür nicht ein bisschen früh. Wofür? Für Bier und Schweinebraten. Leute, guck doch mal, wer da ist. Der Herr Lehmann. Ordentlich was weggeschwommen? Der Herr Lehmann ist quasi der Mark Schwitz von Kreuzberg. Du musst mich verarschen, du Vogel. Keine Tüten hier drin. Du hast Herrn Lehmann geschlagen. Sag Entschuldigung, du Ratte, du Deder. Warte, Entschuldigung. Es gibt immer was zu tun für Superkern. Wir sind wieder in die Erde, in der Erde, in der Erde. Der Lehmann, das Blöd, das ist wie eine warme Systole. Ich verstehe dir, aber so far. Poli, da fängt die Stimme weg. Ja, du hast die Stimme weg. Ja, du hast die Stimme weg. Ja, du hast die Stimme weg. Und dann ist die Stimme weg. Leckerte Dame, oder was? Du haust jetzt ab! Ja, du hast die Stimme weg. Ist der Schweinebraten mit Kruste? Aber natürlich ist der mit Kruste. Ich finde sowieso, dass die Kruste überschätzt wird. Und das würde ich sagen, wenn ich denn gefragt werde. Auf die Kruste kommt es also nicht an. Auf die Kruste kommt es nicht an.